So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen zurück bei uns hier auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Last of Us. In der letzten Folge ging es sehr chaotisch zu. Wir haben den Fall am Bogen bekommen und sind wie so ein kleines Mädchen weggerannt. Und am Ende hatten wir dann eben halt hier die Cutscene. Und sind jetzt hier mit Joel, oder? Ja, ich glaube Joel. Was sind so? Alter, das sieht doch mal geil aus. Eine Handvoll. Ja, okay. Also schießen kann er. Gib mir mal die Knifte. Ja klar, mal her mit. Bist du sicher? Ja, ich bin heute großzügig. Schill mit einem Schill im Zielfernrohr. Ah, komm. Siehst du das Schild da? Das rote? Ja. Versuch es zu treffen. Gut, um die Löcher zu machen. Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Gucken wir mal, ob ich das O treffe. Oh, wait, 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 wait. Ganz gut. Sehr gut. Oh. Wir sind auf Patrouille. Lass sie uns erledigen. Wie denn jetzt? Darf ich sie erschießen? Okay, wait a second. Hello, my friends. Einer bewegt euch noch nicht so schnell. Shit. Denk dran, den Fall der Kugel auszugleichen. Ja. Probier ich doch. Kugel unterliegen der Schwerkraft. Zielehöhe, um das auszugleichen. Ja, wenn die Leute sich mal nicht links und rechts gereden würden. Na bitte. Ich sehe noch welche. Ja, ich sehe auch noch welche. Oh, hä? Erwischt. Ich mag das Teil. Oh, der war zu hoch. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Das waren alle. Nice. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Ja, wo denn? Also, die Kniffte macht schon Spaß, muss man mal sagen. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gerne in diesem Gebiet auf. Ja, okay. Sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Der saß nice. Oh, der war mal das Knie weg. Du hast Talent. Ach was. Ah. Der war nicer. Haben wir hier noch welche? Haben wir hier noch welche? Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Was dachtest du denn? Wunderbar. Unbeeindruckt. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Wo sind noch welche? Wo? Wo? Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Tour. Oh, Alter. Siehst du's? Ah, ich sehe keine mehr. Ach was. Ja, ich auch nicht. War auch miserabend Schütze geworden. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Wie, wo? Ja. Ich würde es nicht wieder nehmen. Her damit. Hey, danke. Ach, Manu. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Warum? Ich hab keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird dir glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss. Okay? Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte wach. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Er wartet. Okay. Also, wir gehen jetzt mit Joel und Darunder. Richtig? Komm mit, Kleine. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Oh, na ja. Und zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für ein paar Patrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten, die... Wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay. Danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erst mal die kürzeren Rute. So weit, um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch? Diese Savage Starlight Comics, die du so magst. Ja? Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, na ja. Die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Star ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in den Kampf mit Captain Ryan anstellt. Oh. Ja. Ich meine, hat sie schon verdient. Aber cooler Twist, wie sie ihn kam. Da ist der Musikladen. Das ist witzig. Ja, ich seh ihn. Okay. Auf zum Musikladen. Ach, verdammt. Oh, das könnte was sein. Wirst du? What hin? What? Glaubst du, du passt da rein? Versuchen kann ich's. Vorsicht. Yep. Ich bin durch. Moment. Okay. Okay, okay, okay. Also, wir versuchen jetzt hier die Tür zu öffnen. Währenddessen gehen wir hier nochmal ein bisschen auf Looster. Weil wir müssen ja dennoch Kleinigkeiten sammeln. Äh, ich suche. Ja, hier wäre die Tür. Na, hallo. Howdy. Beeindruckt? Nee. Du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Ja, geschehen. Hm. Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Ach, die beiden haben sich wirklich ganz doll lieb. Ganz, ganz doll. Wo geht's denn jetzt hier lang? Äh, was? Ich glaub, da geht es durch. Aber hier sind Spuren. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemandem begegnen? Okay. Gut. Lass mich da durch. Lass mich da durch. Ich werde jetzt erst da rein. Wir müssen das klug angehen. Du aufführst die Maske zu tragen. Müsst du irgendwann einen Fehler machen, wenn's gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt. Nicht Jessie oder Dina oder... Natürlich nicht. Okay, gut. Noch nicht. Warst du hier schon mal drin? Nein. Wir patrouillieren nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Vielleicht. Ellie. Komm. Ich weiß sie. Wir sind auf Patrouille, ja, stimmt's? Oh, oh, oh. Ich halte mir sie aus. Oh, oh, oh. 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 Yeah. Yeah. Mehr von denen. Geschafft. Genau. Oh, oh. Oh, oh. Whoa. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. ich glaube das war's glaube ich auch gut gemacht kleine also was hältst du davon die seiten nicht zu holen das wollte ich auch gerade sagen aber ich glaube unser einziger weg ist jetzt vorwärts nur dann lass uns ok also wir sind jetzt angekommen läuft dadurch meine fräser aber nicht so viel sondern läuft ja diesmal ist wirklich viel laufen angesagt wenig looten wir gucken jetzt auch quasi ja 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 Oh, oh, oh. Okay, das war mal gar nicht so verkehrt, gar nicht so schlecht. Ich habe mich schon sterben sehen. Das ist richtig. Außer, dass ich echt alt bin. Nichts, was acht Stunden schlafen nicht heilen können. Okay. Können wir einfach hier rausgehen? So, hier lang. Joel, wie wäre es mit nach Hause? Wo geht es weiter? Ja, ja und ja. Ja, die Tür auf. Was für ein A2-Bloater-Lauer? Das wird schon. Spuren sind weg. Krasser Kampf eben, oder? Wir kommen nicht auf Bloater vorbei. Ja. Jesse und Dina werden durchdrehen, wenn sie davon hören. Was ist eigentlich mit den beiden? Wir sind zusammen, oder? Äh, mal so, mal so. Wieso? Ich höre doch, wie Jesse über dich redet. Nein, Jesse und ich sind nur Freunde. Ich habe aber ein gutes Auge für diese Dinge. In diesem Fall nicht. Wer werden wir hin? Werden wir nicht. Aha. Also, Joe hat es eigentlich von Anfang an schon geahnt. Ja, so. Deutsche Krämer, möchtest du gerne eine Eis haben? Kannst du dich da durchzwingen? Ja, warum nicht? Wenn er mich da mal durchlässt. Dann kann ich mich auch da durchzwängen. Siehst du, was da ist? Ja. Okay. Heli! Ah! 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 Danke. Ja. Hey, Joe. Hm? Das sind sie. Das Paar, das letztes Jahr weggelaufen ist. Dann könntest du recht haben. Jackson ist echt wundervoll, aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht mehr einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Was ist das? Was ist das? Was ist das? also wollen wir tommy dann können wir die leichen nach jackson zurückbringen als du mich aus der firefly klinik weggebracht hast sagt dass du es gab nützende wie mich ja ja das haben wir gesagt ich habe noch nie andere immuno getroffen du etwa vielleicht verbergen sie es du ja auch glaubst du das wirklich sollten wir wirklich jetzt darüber reden wir sind durchs halbe land gefahren um mich zu den feierfleisch zu bringen ich hatte so viele fragen an sie warum hast du mich da rausgeholt als ich noch bewusstlos war ich habe sie ihre tests machen lassen und als ich merkte dass die sinnlos sind wollte ich weg woher wusstest du dass sie sinnlos sind hättest du mir zeit gegeben vielleicht hätten sie etwas rausgefunden es gab keine heilung absolut nichts hätte diesen leuten helfen können oder irgendwem ich weiß du willst dass die dinge anders liegen das tue ich doch selbst aber das tun sie nicht wir müssen die beiden ihren familien zurückbringen oder gibt's noch was was du hier durchkommen willst nein gut dann komm domin wir los wir Jussi schläft. Hey, lass mich mal. Er ist ein guter Kerl. Mhm. Warum hast du nichts gesagt? War der falsche Zeitpunkt. Das wär's. Was ist hiermit? Hilft uns das? Ja, tatsächlich. Abby? Äh, nein. Dieses Mädchen, Nora. Ihre Einheit ist in diesem Krankenhaus. Sie sammeln Vorräte oder sowas. Dieses Krankenhaus? Ja. Warte, du gehst jetzt? Ja, das ist ne Spur. Warte doch wenigstens, bis Jessie sich erholt hat. Dann könnte sie schon weg sein. Ellie. Wir wissen, wo sie ist. Und Tommy vielleicht auch. Was? Nichts. Gut. Hilfst du mir bitte mit der Tür? Ja. Ja. Okay. Wenn ich der 5 folge, sollte ich zum Krankenhaus kommen. Okay. So. Äh, auch in dieser Folge ist ne Menge passiert. Wir hatten die Rückblende. Wir haben ein bisschen mit dem Sniper geschossen. Haben nochmal ne kleine, einen kleinen Einblick bekommen, wie das mit Joel lief vor zwei Jahren. Und ja, sehr interessant. Ähm, wir werden aber für heute die Folge hier auf jeden Fall beenden. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß heute wieder bei der Folge. Ähm, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, auch gerne ein Abo da lassen. Ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal. Reingehauen! ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020